Mord am Heiligen Abend von Richard Montenari, gelesen von Peter Lonzack. Seit Kevin Byrne die goldene Dienstmarke eines Detektives trug, galt er im Philadelphia Police Department als aufsteigender Stern. Zwar scheute er das Rampenlicht, konnte aber kein schlagkräftiges Argument vorbringen, sich ihm zu entziehen. Im letzten Jahr hatte er mehrere große, wichtige Fälle lösen können, hatte es zweimal in die Zeitung geschafft und zweimal ins Fernsehen. Einmal stand er hinter dem Commissioner, ein andermal hinter dem Bürgermeister. Doch Byrne wusste, er hatte sein Renommee zu einem großen Teil dem Umstand zu verdanken, dass er mit einem alten Hasen namens Frankie Sheehan zusammenarbeitete. Sheehan war ein N50er aus South Philly, ein Familienmensch, der direkt nach dem Highschool-Abschluss geheiratet hatte, ein Naturbursche, der in seiner Freizeit Fischköder bastelte und verkaufte und den Gewinn dem Polizeisportverein spendete. Die Cops in Philly spöttelten gern, Sheehan arbeite schon so lange bei der Polizei, dass seine Dienstmarke noch römische Ziffern trage. Aber nun, in diesem hell erleuchteten Lagerraum, sah man Sheehan jede Minute seiner 59 Jahre an. Vielleicht noch mehr. Er hatte in den letzten sechs Monaten 20 Pfund Gewicht verloren, seine Haut war bleich und stumpf und hatte einen kränklichen gelben Schimmer und sein Jackett schien nur noch an seinen breiten Schultern zu hängen. Burn kannte Sheehan gut, aber auf eher kollegiale Weise, nicht auf vertraute, kumpelhafte Art. Noch nicht. Deshalb hatte er es bisher nicht gewagt, sich bei einem nächtlichen Vier-Augen-Gespräch nach Sheehan's Gesundheit zu erkundigen. Er hatte schon länger die Absicht, doch er hatte nie den richtigen Zeitpunkt erwischt. Aber heute Abend, nahm Burn sich vor, heute Abend werde ich ihn fragen, was mit ihm los ist. Zuerst aber mussten sie ihren Job erledigen. Burn ging um das Blut auf dem Boden des Gemischtwarenladens herum. Fünf große Spritzer an der Eingangstür und eine Lache in der Nähe des Regals, an dem die Tüten mit den Süßwaren hingen. Hier wäre das Opfer beinahe verblutet. Burn überflog seine Notizen, eine Zusammenfassung dessen, was sein Vorgesetzter dem Bericht des Streifenpolizisten entnommen hatte. Der Aussage des Verkäufers zufolge, er hieß Marco Tarasenko, hatte das Opfer, eine Frau in den Zwanzigern, den kleinen Lebensmittelladen an der Ecke Christian und Stillman Street gegen 8 Uhr abends betreten. Sie hatte ein paar Dinge eingekauft und das Geschäft wieder verlassen. Ungefähr fünf Minuten später war sie erneut aufgetaucht, das Gesicht blutüberströmt. Kaum hatte sie den Fuß in den Laden gesetzt, war sie zusammengebrochen, ohne ein Laut von sich zu geben. Der Streifenpolizist hatte notiert, die Kleidung der Frau habe nach Crackrauch gerochen, obwohl man weder eine Pfeife noch Drogen bei ihr gefunden hatte. Sie hatte nicht einmal einen Ausweis dabei gehabt. Seitdem Crack seinen Weg in die Straßen Phillies gefunden hatte, wie auch in die Straßen aller großen Städte in den USA, spielte dieser Stoff in der urbanen Matrix aus Verbrechen und Blutvergießen eine immer bedeutendere Rolle. Jetzt, in den späten 80ern, hatte ungefähr ein Drittel der Gewaltverbrechen, die in Philadelphia begangen wurden, auf die eine oder andere Weise mit Crack zu tun. Die Frau, die noch immer nicht identifiziert war, lag mittlerweile auf der Intensivstation des Graduate Hospital. Ihr Zustand war kritisch. Und das Blut auf dem Boden war noch nicht getrocknet. Marco Tarasenko, der Verkäufer, war Ende 20 und stammte aus der Ukraine. Er war 1,80, trug kurze blonde Haare, die er im Billy Idol-Stil hochfrisiert hatte, und einen goldenen Kreolenohrring am linken Ohrläppchen. Seine Armmuskeln ließen erkennen, dass er Krafttraining machte, aber Sit-Ups schienen nicht sein Ding zu sein, denn eine Speckrolle wölbte sich über seinen Gürtel. Dann kam sofort zur Sache, nachdem er sich und Skiern ausgewiesen hatte. »Also, kennen Sie die Frau?« Marco zuckte die Achseln. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand fuhr er über die Ladentheke und hinterließ eine Spur, die wie eine Acht aussah. »Ja, ich sie kenne, aber nicht mit Namen«, sagte er in holprigem Englisch. »Sie Kundin kommt oft jeden Abend.« »Jeden Abend?« »Fast.« »Was kauft sie?« »Zigaretten.« »Welche Marke?« Die Frage kam wie aus der Pistole geschossen. Wie auch die Antwort. Marco kannte das Spiel. »Virginia Slims Menthol«, sagte er. »Ich ihr immer sage Zigarette nicht gut für sie, aber sie immer nur lächelt und sagt, sie sowieso stirbt von irgendwas, ja? Sie kauft? Sie kaufen? Ich verkaufe. Das ist Job.« »Ist sie mal in Begleitung hier gewesen?« »Nein, immer allein.« »Wie sieht es mit Kreditkarten aus?«, fragte Byrne. »Hat sie jemals mit einer Karte bezahlt?« Marco schüttelte den Kopf. »Nein, nicht Karte. Immer bar.« Byrne nickte, machte eine Pause, bevor er fragte. »Und sie kauft nur Zigaretten?« »Manchmal sie kauft Gaugummi, Pfeffermins vielleicht, Mentos, Lifesaver, so etwas. Für Atem. Manchmal sie kauft aber auch, äh, sie wies ihn schon.« Marco verstummte. Byrne ließ ihm ein paar Sekunden Zeit, aber der Verkäufer hüllte sich in Schweigen. »Nein, weiß ich nicht«, sagte Byrne schließlich. »Was kauft sie sonst noch?« »Sie wies ihn schon«, wiederholte Marco. »Frauensachen.« »Tampons?« Marcos Gesicht lief rot an. Er malte eine weitere Acht auf die Ladentheke. »Ja, das... sowas.« In diesem Moment betrat ein Kunde den Laden. Ein Weißer in den Vierzigern, abgemagert, verhärmt, zittrig wie ein ängstlicher kleiner Hund. Als er sah, dass Byrne und Sheehan Kops war, zeigte er mit einem Mal reges Interesse am Süßgebäck, entschied sich dann aber anders und hatte es plötzlich eilig, den Laden zu verlassen. Doch Byrne hatte Zeit genug gehabt, auf Hände und Kleidung des Mannes zu schauen. Kein Blut. Keine sichtbaren Schrammen. Byrne vermutete, dass der Typ in den Laden gekommen war, um sich die heilige Dreifaltigkeit der Crack-Süchtigen zu besorgen. Eine Plastikdose im Glas, deren Verpackung als Röhrchen benutzt wurde, ein Spülschwamm, den man als Filter verwendete, und Einwegfeuerzeuge. In Marcos Laden gab es das alles, wie in jedem Lebensmittelgeschäft in der Stadt, sofern es nicht einer der großen Ketten angehörte. Byrne wandte sich wieder Marco zu. War sonst noch jemand im Laden, als die Frau heute Abend das erste Mal hier reinkam? Marco dachte kurz nach. Ja, da war andere Frau. Alt. Wie alt? Schwer zu sagen, erwiderte Marco. Fünfzig vielleicht? Fünfzig ist alt? Fragte Schieren. Marco zuckte die Achse, ans wäre es eine rhetorische Frage. Wenn du in den Zwanzigern bist, steht für dich jeder über fünfzig mit einem Bein im Grab, überlegte Byrne. Kommt diese alte Frau regelmäßig in den Laden? Fragte er. Nein, nicht oft, antwortete Marco. Nein. Dann kennen sie ihren Namen nicht und wissen auch nicht, wo sie wohnt? Nein, tut mir leid. Als die andere Frau die Junge den Laden verlassen hat, war da jemand auf dem Bürgersteig, vor dem Geschäft. Marco blickte aus dem Fenster auf die Straße, als könnte die Person noch immer dort stehen. Dann schaute er Byrne wieder an. Ich nicht nach draußen gesehen, nur auf Kasse, in Spiegel. Er meinte, dass halbe Dutzend gewölbter Spiegel, die an der schmutzigen Decke am Ende der Gänge hing, die zwischen den Verkaufsregalen verliefen. Sie dachten, die ältere Frau würde stehlen? Nochmaliges Erröten. Weitere achten auf dem Tresen. Nein, sagte Marco. Gewonnenheit. Bis jetzt hatte der Verkäufer sie mit keiner nützlichen Information versorgt. Byrne machte sich gar nicht erst die Mühe, nach der sogenannten Überwachungskamera zu fragen, die über der Kasse hing. Das Kabel baumelte hinten heraus. Okay, die junge Frau hat also nur eine Schachtel Virginia Slims gekauft? fragte er. Marco griff unter die Theke, zog einen Schuhkarton mit Kassenzetteln hervor und durchwühlte sie. Nein, sagte er. Sie hat auch Dose STP gekauft. Den Motorölzusatz? Bremsflüssigkeit. Byrne warf Schiehen einen raschen Blick zu, ehe er sich wieder Marco zuwandte. Sie verkaufen hier Bremsflüssigkeit? Oh ja, wir hier alles verkaufen. Byrne machte sich eine Notiz und erstrich sie. Ist die Frau in ein Auto gestiegen, nachdem sie den Laden verlassen hatte? Ein Taxi vielleicht? Weiß nicht, ich nicht gesehen. Sie haben die Frau erst wieder gesehen, als sie fünf Minuten später noch einmal hier reinkam? Ja, antwortete Marco. Vorher nicht. Solange die junge Frau am Leben blieb, würde der Fall als schwere Körperverletzung geführt, und fiel damit in die Zuständigkeit der South Philly Detectives, nicht der Mordkommission. Das bedeutete, dass vorerst Frankie Schiehen und Kevin Byrne die verantwortlichen Ermittler waren. Während die Spurensicherung den Tatort untersuchte, gingen Byrne und Schiehen die Straße ab, durchsuchten jeden Winkel. Keins der Geschäfte hatte geöffnet und kaum jemand war zu Hause. Wie nicht anders erwartet, hatte niemand etwas gesehen. Die Blutspur, die zum Laden führte, kaum mehr als ein paar Tropfen im grauen Schneematsch auf dem Gehsteig, konnten sie fast bis zur Straßenecke zurückverfolgen. Dann endete die Spur. Nach einer schnellen Tasse Kaffee in einem Diner an der Lombard Street saßen die beiden Detectives wieder im Wagen und verglichen ihre Notizen. Byrne rief beim Graduate Hospital an und erfuhr, dass der Zustand der jungen Frau unverändert war. Ich hab eine Idee, sagte Schiehen. Byrne war erfahren genug, keine Fragen zu stellen. Er schnallte sich an und schob den Schalthebel der Automatik auf D. Wohin? Zehn Minuten später, nachdem Schiehen ein paar Bars abgeklappert und sich ein wenig umgehört hatte, bogen sie in die South Street ein. Fahr rechts ran, sagte Schiehen. Byrne hielt, stellte den Automatikwahlhebel auf Parken, ließ den Motor des Taurus aber laufen. Schiehen zeigte auf eine hübsche junge Frau, die in der Einfahrt eines dreistöckigen Reihenhauses stand. »Siehst du die Kleine da?« »Kaum zu übersehen.« »Sie ist eine von den Guten,« sagte Schiehen. »Eine von den Guten.« Das war der Code des Philadelphia Police Departments, vielleicht aller Police Departments, für jemanden, der mit Samthandschuhen angefasst werden musste. Ava Mills war vielleicht 28, eher ein bisschen jünger. Sie trug eine kurze Schaffeljacke, schwarze Jeans und weiße Baumwollhandschuhe. »Nicht genug für den Winterwind,« dachte Byrne. »Sie friert sich den süßen Hintern ab.« Die beiden Männer schritten über den Gehsteig auf die junge Frau zu. Schiehen umarmte sie zur Begrüßung, trat dann einen Schritt zurück und schaute Byrne an. »Detektiv Kevin Byrne, das ist Ava.« Ava zögerte einen Moment, dann lächelte sie. Sie hatte leuchtend blaue Augen, rabenschwarzes Haar. Ihre Ohrringe bestanden aus kleinen, funkelnden Granatsteinen. Byrne fühlte, wie sich etwas in ihm regte. Vielleicht ihre Attraktivität wegen, oder wegen ihrer misslichen Lage. Er ließ es offen. »Darf ich dich Kevin nennen?« fragte Ava. »Nur zu. Freut mich, dich kennenzulernen.« Ava schüttelte ihm die Hand und hielt sie einen Moment zu lange fest. Byrne wusste, sie tat es mit Absicht. Sie wollte ihn für sich einnehmen. »Das kannte er.« Er lächelte zurück. »Freut mich ebenfalls.« »Ava und ich haben schon viel miteinander erlebt,« sagte Schiehen. Ava lachte. »Niemand hat so viel erlebt wie du. Moses vielleicht. Oder sein Daddy.« »Wie geht's deiner Kleinen?« erkundigte sich Schiehen. »So klein ist sie gar nicht mehr, Papi. Sie ist dreizehn.« Schiehen bekreuzigte sich. »Ich werde eine Novene für dich beten.« Ava wackelte spielerisch mit einem Finger, doch ihr Lächeln war erloschen. »Ich kenne diese Miene, Detective.« »Irgendwas stimmt nicht.« »Hab ich recht?« Sie schaute auf die funkelnden Lichter an der Straße. »Da haben wir Weihnachten und es ist irgendetwas Schlimmes passiert.« »Stimmt doch, oder?« »Leider ja«, sagte Schiehen. »Ich muss dir was zeigen. Ein Foto.« Eine Pause, gefolgt von einem tiefen Seufzer. »Dann?« »Okay.« »Es ist nicht schön, Ava. Ich muss dich vorwarnen.« Ava schaute Byrne an, als könne der den Schlag abmildern, von dem sie wusste, dass er kam. Zu gern hätte Byrne ihr diese Bitte erfüllt, aber er konnte es nicht. Schiehen zog ein Polaroid aus der Tasche. Ein Foto, das der Streifenpolizist vom Opfer gemacht hatte, tippte es mit der Kante ein paar Mal in die linke Handfläche. Dann drehte er es um und zeigte es Ava. »Oh Gott!« Eine Hand Avas fuhr zum Mund, die andere zu ihren Herzen. »Nein, nein, nein. Kennst du sie? Ist sie...« »Nein.« Schiehen schüttelte den Kopf. »Sie liegt im Graduate. Im Moment sieht es so aus, als käme sie durch.« Ava wischte sich eine Träne von der Wange und nickte. Schiehen steckte das Foto weg, während Byrne sein Notizbuch zückte. »Wie heißt sie?« fragte Schiehen. »Mirenda,« antwortete Ava. »Mirenda Sanchez. Auf der Straße kennt man sie als Misty.« »Weißt du, wo sie wohnt?« Ava schüttelte den Kopf. »Nein.« »Wann hast du sie das letzte Mal gesehen?« »Welchen Tag haben wir heute?« Schiehen schaute zu Byrne, dann wieder zu Ava. »Heute? Heiligabend?« »Sag bloß, du weißt das nicht.« »Doch, doch. Ich weiß nur nicht, welchen Tag wir haben. Welchen Wochentag...« »Noiner, der Bletus, auf dem Mila« »istanent, micve, auf dem Mila« »Gewelchen Tag habe jetzt normal arms gebraucht, »Uns pipes« »&Nein Kot darauf raus,